Hallo, hallo, hallo! Hier ist wieder Shoki Banoki New Television mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Wir sind kurz vor Weihnachten, so ein Stück vor Weihnachten. Und der Till, der hat sich nochmal hier dazu herabgelassen, mit uns ein bisschen Daily zu machen. Und ich bin der Saschi und morgen, übrigens, morgen haben wir ein Geburtstagskind. Ach, ja, das bin ich. Ich habe morgen Geburtstag, da habe ich voll Bock drauf. Heute Abend noch, heute Abend wird noch, hier. Könnt ihr morgen also die Kommentare hier voll spammen? Ja, scheiße. Ja, stimmt. Könnt ihr machen. Ja, freue ich mich natürlich, ist ja klar. Na klar. Aber wer hat auch noch Geburtstag am 23. Heute? Heute Geburtstag? Eddie Vedder. Sagt dir nichts? Pearl Jam? Ja, Pearl Jam natürlich. Also wenn du Pearl Jam hast. I'm still alive, yeah, yeah. Du kannst ja singen. Also jedenfalls ein bisschen. Ein bisschen. Krass. Ja, wusste ich ja gar nicht. Till. Der hat Geburtstag. Der hat Geburtstag. Happy Birthday. Ja, Eddie Vedder heißt er. Und ganz ähnlich sieht auch der Nächste aus. Das ist der, kennst du ihn? Wer ist das? Das ist Papst Pius XII. Und der hat die Kardinäle Josef Frings aus Köln und den Bischof Konrad Graf von Preising aus Berlin und den Bischof Clemens August Graf von Gallen zu Erzbischofen, Erzbischofen, Bischöfen. Am 23. Dezember 1945. Hat der kurz vor Weihnachten nichts Besseres zu tun? Nee, was macht man denn als Papst kurz vor Weihnachten? Dann muss man ja arbeiten. Ja, weiß ja nicht. Ist doch klar. Das ganze Jahr über hast du nichts zu tun. Wenigstens kurz vor Weihnachten. Und am 23. Dezember ist noch was passiert? Ja. Kinostart in Amerika für Good Morning Vietnam. Den Film kennst du? Ich habe ihn gesehen. Hey! Radioshow, ne? Ja. Good Morning Vietnam. Fandest du gut? Ja, fand ich gut. Findest du Robin Williams grundsätzlich gut? Eher nicht. Nein? Nein. Ich bin entsetzt. Ja. Wieso nicht? Ich weiß nicht. Good Will Hunting? Ja. Miss Doubtfire? Club der Toten Dichter? Ja. Der Fischer? Der König der Fischer? Ja, nach dem Museum hat er auch mitgemacht und sowas. Das weiß ich nicht. Jumanji hat er gemacht. Ja, auch. Ich fand den gut. Naja. Ist ja schon von uns gegangen. Ja. Aber am 23. Dezember ist auch Nationalfeiertag in Japan. Ach so. Ja. Weil nämlich da ist Geburtstag von Kaiser Aikihito. Aikihito. Da ist er. Das ist der Aikihito. Ja. Und der hat Geburtstag. Und deswegen ist in Japan Nationalfeiertag. Ja. 23. Dezember. Jetzt geht ihr in die Kneipe und trinkt in meinen Geburtstag rein. Genau. Dann spammt ihr eben die Kommentare voll. Das mache ich nämlich auch. Ich werde auch in meinen Geburtstag rein trinken. Das hat Tradition mittlerweile. Ich schaffe es meistens nicht länger als 0 Uhr 15. Aber wenigstens hineingetrunken sozusagen. Ich fange mal zu früh an. Kennst du das? Ja. Ich bin auch nicht mehr der Jüngste. Macht ja nichts. Nein. Schlimm ist es, wenn du es nicht in deinen Geburtstag einschaffst. Ja. Das habe ich bis jetzt immer geschafft. Ja. Wir sehen uns morgen an meinem Geburtstag. Cheerio, Miss Sophie. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.